Ja, in Bayern wieder Internetprobleme. Ah ja, ich bin wieder da. Ja, ist ja schön, dass doch noch einige da sind. Es ist aber wieder unglaublich, wie schnell hier diese 5 Stunden Live-Steam jetzt wieder umgegangen sind. Heute wird wieder 8 Stunden, jetzt hätte ich mich fast verschluckt. Ja, 8 weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt sage, ganz so lange machen wir heute nicht mehr, dann geht es ja doch wieder noch mindestens 1-2 Stunden. Ja, das vom Bodensee, das geht auf jeden Fall Richtung Allgäu. Wie sieht es Richtung Braunschweig aus? Wir hatten ja gerade schon mal geschaut. Ja.